Hey meine Rabauken, wir sind ultra dünn im Minecraft, papierdünn, werden aber noch extrem lang. Sowas langes habt ihr noch nie gesehen am Ende des Videos. Mit der Beise aus Molinski. Moinski! Wir werden jetzt nacheinander Aufgaben bekommen, mit jeder Aufgabe, wenn du sie gewinnst gegen den anderen, wirst du länger und bekommst eine längere Reichweite. Und am Ende findet ein PvP-Kampf statt, das heißt es ist sehr wichtig eine möglichst hohe Reichweite zu haben, denn dann kannst du easy gewinnen. Was auch ziemlich easy geht, ist mit einem Klick zu liken. Also lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal kostenloser Mente auf den Weg zu 2 Millionen Abonnenten. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe dafür ein Glücksrad vorbereitet mit verschiedensten Aufgaben. Wir spinnen das Ganze mal und gucken, was die erste Aufgabe sein wird. Die erste lautet, mache ein Water-Emoji. Let's go. Ich höre eine Spinne. Eine Water-Emoji, das heißt wir benötigen drei Eisen, wir benötigen ein Wasser, wir benötigen einen Sprung. Wie viel Holz benötigen hier? Und was ist, wenn ich auch so ein Wasser finde? Ich mache vier für die nächsten schon. Im Boden? Nee, 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 es muss einmal sein. Es muss ein Eimer Wasser im Mente sein. Einmal, einmal. Die will hier wieder, die kommt gerade aus einer Betrüger. Wie sieht denn meine Hand aus? Oh mein Gott, ich sehe es. Wie sieht das aus, wenn ich ein Schwert trage oder eine Spitzhake? Wartet mal, Leute, wie sieht das denn aus? Das muss ja anders wild aussehen. Ach so, da sieht man seine Hand nicht mehr. Okay, gut, das dachte ich mir jetzt schon. Ich würde gerne das Haus abbauen, aber wir haben hier Prinzipien auf diesem Kanal. Man kann ja hier nicht machen, was man will. Das lassen wir natürlich stehen. Wir suchen uns eine Höhle und haben, nee, das ist Wasser. Hier haben wir eine Höhle. Das ist eine ganz klare Höhle. Nein, der hat eine Höhle. Ich habe eine Höhle, Lena. Ich habe eine Höhle. Mann, das ist alles hier anders. Sieht Granit, Diorit. So, wir haben drei Steine. Wir haben eine Steinspitzhogge. Die Werkbank nehmen wir mit, mit dem komischen Arm. Boah, gleich werde ich länger, Lena. Aber ich brauche auf jeden Fall auch eine Kohle. Warte mal. Kohle? Eine Kohle müsste reichen für drei Eisen. Also reicht definitiv. Es ist hier sehr dunkel. Ich brauche noch eine Kohle für eine Fackel. Hast du schon Eisen? Ich habe noch keinen Eisen, nee. Ah, schon besser. Hast du einen Eisen? Nee, ich habe noch nicht mal eine Kohle. Scheiße. Gönn drei? Gönn drei? Auf Gönnjami-Basis? Das ist nur eins. Na, du hast noch alle Karten. Ah, ich habe noch mal Eisen. Ah, schade. Auch nur eins. Bin anders gebrochen. Ja, aber wie kann es denn sein, dass ich zweimal Eisen finde und nur zwei Eisen habe? Das ist ja hier. Komm, Creeper. Okay, jetzt habe ich eine Höhle. Jetzt komme ich ins Rennen. Nicht, dass sie das Ding jetzt hier noch gewinnt, Leute. Ich brenne, ne, ne, ne. Aua! Egal. Lapis, Kohle, nee. Kupfer. Mann, es gibt viel zu viel Kupfer auch in dieser Welt. Es war eine Imposter-Höhle nur mit Kupfer. Gold, Eisen. Oh, zum Glück habe ich nach oben geschiedert da noch. So, wir brauchen noch Stamm. Oh, ich habe jetzt drei Eisen. Fünf, sechs, sieben, acht. Ja, aber ich habe schon einen Ofen. Das ist tatsächlich ein knappes Ding, ne? Wo ist meine Kohle hin? Ich habe die alle verbraten, ich Vollidiot. Oh nein, ey. Oh, 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 oh. Hier war gerade Kohle. Ich habe die irgendwo gesehen. Oh, oh. Ich habe hier ein großes Problem am Ende. Machen wir so erst mal. Ich bin schon am Braten. Bam. Ich auch. Ich muss ja dann auch das Water-Emergy machen, stimmt. Einmaler reicht ja nicht. Oh Gott, ich habe hier Probleme, die Spitzer gemacht, ja gar keinen Schaden. Oh. Ich verliere das Ding noch, ne? Verdammt. Ich muss ein bisschen essen. Hörst du es, Lina? So, drei Eisen. Ich brauche ja Wasser. Scheiße. Water. I need water over here. Okay, wartet. Wir nehmen alles mit. Zeit ist wichtig, egal. Also, Zeit ist nicht, also, ey, weißt du schon was ich machen. So, Wasser, 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 was? Habe ich hier irgendwo Wasser gesehen? Warm. Okay, ich habe mein Eimer jetzt auch. Ich glaube, Oberfläche, Oberfläche ist das Ding. Ich höre hier Wasser schon direkt. Wie komme ich an die Oberfläche? Warum bin ich denn gekommen? Ich habe Wasser sogar. Ich habe einen Wassereimer. Kann wachsen? Ja, gib mal den Punkt ab. Wir machen auf Nummer sicher. Fahren uns hier noch ein paar Sachen. Okay, dann braue ich mich jetzt hier hoch. Erster Punkt ist weg, Leute. Müssen wir uns nichts einreden. Und wir machen einen Water-MLG clean geschafft. Oh, Mann, ey. Okay, Elina, mach mal. Ja, okay. Elina wächst jetzt. Oha. Immer noch dünn, aber nicht mehr so papierdünn. Und jetzt hast du auch doppelte Range. Aufgabe Nummer zwei. Wir drehen das. Elina, auch weiterzuspielen, während ich hier drehe. Entschuldigung. Ich wollte nur meine Reach ausprobieren. Crafte eine Uhr. Ich lege los, Elina. Keine Zeit. Ich muss Meter machen. Zum Glück weiß ich, dass das eine Imposterhöhle ist. Scheiße. Wir brauchen vier Gold und ein Redstone. Und ich habe nicht mal eine Eisenpicke, ey. Jetzt habe ich diesen Scheißeimer. Wer braucht das? Ah, ich mache mir Instantenschild. Das ist nämlich sehr wichtig, Leute. Warte, ich mache mir das mal eine Axt. Ich habe nicht mal eine Waffe. Ich habe auch kein Holzfeld mehr gerade auf. Leute, das ist hier wieder alles Kopf drüber. Elina hat jetzt halt schon den Reichweitenvorteil. Man muss aufpassen, dass das jetzt hier nicht zu einem Schneeball wird. Und sie aufgrund ihrer Reichweite jetzt nochmal gewinnen. Das wäre schon sehr, das wäre schon sehr kacki, sage ich mal. So, Holzachs muss erst mal reichen, Leute. Wir machen hier aber definitiv, bauen wir noch mehr Holz ab. Weil wir gehen jetzt unter Tage. Und da müssen wir genug Ressourcen haben. So, macht die sich ein Schild. Die läuft an Eisen vorbei. Ja, ich bin da in die Höhle gegangen und dann war da direkt ein Skelett. Und das mochte ich nicht. Das fand ich unsinkratisch. Hey, unterlassen Sie. Wieso kannst du mich auch treffen? Ich bin so dünn. Deine Pfeile müssten noch an mir vorbeigehen. Vorbeifliegen. So, wollen wir mal. Das holen wir auch definitiv noch. Ein bisschen Kohle. Ich bin auf jeden Fall der Erste mit einer Eisenspitzhacke. Nee, ich bin die Erste. Hast du deine schon? Ja, guck doch in den Chat. Verdammt. Bin doch nicht der Erste, Leute. War ein Fehlalarm. Was denn? Ja, ich hatte kurz, äh, ich hatte kurz, weiß ich nicht, was da kurz mit mir los war. Hä, was ist los? Ich hab einen zweiten Eimer gemacht. Was ist los, Alter? Warum hab ich einen zweiten verdammten Eimer gemacht? Ich hab einfach nicht drüber nachgedacht. Ich hab einfach so, weiß ich nicht. Elina, gib mir mal Eisenbüll. Ich soll dir Eisen jetzt können. Elina, hallo, Elina. Elina, hier ist ein Krivor, guck mal. Ein Krivor. Wie viel Eisen brauchst du denn? Zwei. Zwei? Ich hab noch nicht mehr zwei. Hier ist kein Gold, ich hab das gescoutet für dich. Jetzt krieg ich zwei Eisen. Ich hab aber nur eins jetzt, okay. Ja, da war dein Müll, Alter, will mit dir nichts zu tun. Dann tschau. Okay, tschüss. Egal, wir können auch gewinnen, Leute. Kein Problem. Vielleicht. Eisen wichtig. Bitte zwei, bitte gönn zwei, bitte. Das wär jetzt so wichtig. Es ist eins. Tja, du wolltest ja mein eines Eisen. Scheiße, jetzt bräuchte ich's wirklich. Elina! Hast du die Höhne für mich auch gescoutet? Ja, ja, da ist nix. Sondern jetzt gib mir mein Eisen. Können die schon wieder verlieren, Leute. Das ist ja nix. Wo willst denn du? Nee, du musst mir nichts geben. Wir sind doch Kontrahenten, Elina. Ja, du brauchst deine Alnosen nicht. Oh, ne Big-Babba-Höhle. Und da kann ich direkt auch mal einen Eimer benutzen. So, das letzte fehlende Eisen. Wir bünen es. Bam, bam. Geil. Steinachs. Ready. So. Den bauen wir ab. Mit den zwei Eisen drin. So. Jetzt brauchen wir eine Eisen-Pickaxe. Easy. Lol, Ben. Ja. Das ist, guck mal nach oben. Das ist meine Höhle. Geh weg. Mein Schatz. Mann, ey. Ich dachte, ich hab so die geile Höhle gefunden. Und dann chillst du da. Ist meine Höhle. Also die ist auf jeden Fall fett. Aber ob wir hier Gold, das ist halt zu hoch. Ja, aber hier vielleicht. Oh, ich hab dir. Oh, ich hab eine Eisen-Spitzhacke gefunden. Cool. Toll. So ein Scheiß. Ja, hier ist auf jeden Fall noch kein Gold. Die ist halt zu hoch. Und hier geht's auch hoch. Die ist halt sehr hoch. Wir sind jetzt noch bei 36. Ist die hoch? Die ist hoch. Redstone und Gold. Geil. Ah, das hat mich voll. Ich tüte den wichtigen zweiten Punkt ein. Eins, zwei, drei, vier. Und Elina verliert. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Eine Uhr. Ich seh wieder normal aus. Geil. Meine Hand auch wieder normal. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal ein Spiel gewinnen sollten, wären wir big. Ich bin gespannt. Oh, das wird richtig cool. Dritte Runde. Wir drehen das Glücksrad. Die Aufgabe lautet. Sammle einen Apfel. Elina, du weißt, dass die keine Äpfel droppen. Da guckt sie dumm. Haha. Was jetzt? Nein, nur Eichendroppenäpfel. Elina, das weiß man doch. Das habe ich das safe auch so zehnmal gesagt seit wir spielen. Ich dachte nur Nadelholz. Nein, nein, nur Eichendroppenäpfel. Außer die haben das in irgendeiner Version mal geändert. Aber ich denke nicht. Das ist safe immer noch so. Ich bin mir sicher, dass die... Entweder ich stehe jetzt da... Vielleicht liege ich auf falsche, Elina. Meines ist eine Birke. Ja, eine Birke. Da sind keine Äpfel dran. Na, egal. Scheiße. Na, Eiche hat ja auch keine Äpfel. Äpfelbäume an Äpfel. Wenn meine Bäume ja was droppen und du sammelst das auf, dann gibt es Krieg. Ich sag bloß. Warte, 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 warte. Ich gehe doch zurück. Ich beliebe, ich beliebe, dass da ein Apfel... Ja, musste, weil ich habe ja auch schon so viele abgebaute. Kannst gar nicht mehr an anderen Stellen. Ich liebe, dass da ein Apfel rauskommt. Ein Stock. Nah dran. Na, vielleicht ist es ja auch nicht mehr aktuell, mein Wissen. Äh, nee. Das habe ich verloren. Ich habe aber auch noch keinen Apfel. Das dauert ein bisschen. Das sind ja nur ein paar Prozent Wahrscheinlichkeit. Kann ja sein, dass Minecraft heute backt. Nee, das habe ich so verloren. Das habe ich anders verloren. Scheiße. Jetzt hat man auf jeden Fall keine Holzprobleme mehr für den Rest der... Was ist das für ein Kackbaum? Für den Rest der Aufnahme. Episode. Apfel. Boom, gewonnen. Easy. Das war dumm. Hab es dir gesagt. Boah, ich bin jetzt schon breit, Alter. Wie sieht meine Hand aus? Ich will sehen, ich will sehen. Ich komme angeschwommen. Alter, was ist mit meiner Hand los? Kann ich beide Hände sehen? Nee. Guck mal, von wo kommst du denn? Wow, hier. Vom Wasser. Ich bin anders breit, guck mal. Alter, so krass aus. Ich bin über der Muskel-Bacho. Guck mal, sogar noch ein Apfel. Ich habe zwei Apfel. Kann ich den haben als Trostpreis? Ich nehme alle vier. Kriegst du, Edina, bitte. Yippie. Komm, noch was zu essen. Gib mir mal bitte wieder eins zurück. Oh, ein Eisbruch. Wir haben schon einen guten Abstand. Wir drehen ein weiteres Mal das Glücksrad und kommen auf Crafter ein lila Bett. Let's go. Wir haben null Wolle, so ein Kack. Ich bin safe mit einem Schaf vorbeigelatscht. Edina ist da sehr in diese Richtung ge-eatet. Ja. Hast du da was gesehen? Heißt aber nicht. Hier, wir brauchen Schafe. Wir brauchen dreimal weiße Wolle. Und wir brauchen blau und rot. Das ist beides als Farbe. Ah, wir haben rot schon mal. Oha, er hat schon rot. Beides als Farbe erhältlich, sage ich mal. Ah, ich brauche dreimal rot. Stimmt, das darf ich ja nicht hier. Äh, wo haben wir es hier? Bom, so. Hier habe ich gar keine Blumen. Blau. Gibt es eine blaue Blume? Ich überlege gerade. Klar, die Orchidee oder die Mo... Blau? Aber die ist hellblau. Oder? Verdammt, wo bin ich denn hier gelandet? Dort, wo ich bin, sind keine Blumen. Naja, nicht nur die Blumen, man braucht auch die Schafe, nee. Ah, nice. Ein Schaf. Boom. Ach, das war's. Da sind Pflanzen, aber nur rot-gelb. Nichts, was wir gebrauchen können. Noch ein Schaf. Weiß. Nice. Ich habe schon drei Wolle, aber mir fehlt nur noch dieses blaue. Mir fehlt auch noch ein Schaf. Kornblume. Blauer Farbstoff. Aber leider nur einmal. Oh ja, nice. Wir sind noch im Rennen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich aber... Oh Gott, das sind so viele blaue Blumen. Scheiße, wir sind raus aus dem Rennen. Mir fehlt... Oh, natürlich darf man, dass ich die Farbe nicht einmal gesehen habe. Oh doch, ich habe es auch, ich habe es auch. Aber nur zweimal. Und mir fehlt noch ein Schaf. Zweimal müsste aber reichen eigentlich, oder? Da bist du! Die Crafted Show und die Sau. Jetzt ist mir ein Malheur passiert. Oh, sie hat sich verkraftet. Ich habe alles, mir fehlt nur ein Schaf. Ja. Nee. Hast du es? So, warte, pass auf. Lila Farbstoff. Bam, habe ich. So, zack. Dreimal Wolle. Bam, habe ich. Dann noch das Bett. Die verkackt das Leute. Wir sind noch im Rennen. Bam. Violettes Bett. Bumm. Ich gehe pennen. Ah. Oh mein Gott, ich habe als erstes blaue... Ich habe als erstes ein blaues Wollding gecraftet, weil ich so nervös war. Alter, du bist überfällig. Guck mal meinen Nacken an. Ich habe den Haar hat Nacken trainiert. Ich war richtig heftig. Nacken trainiert. Alter. Holy L. Nächste Runde Glücksrad. Es kommt dran. Oh. Töte den anderen Spieler. Hä? Habe ich irgendwas noch? Nee. Hast du Rüstung? Auf die schnell Rüstung. Die hat jetzt Baupunkt hier schnell gesetzt. Die ist nicht konfident. Ich mache auch. Ich kann nicht. Ah doch jetzt. Sind wir ready, Bombetti? Ich bin ready. Lila, ich werde dich an. Hast du eine Axt überhaupt? Klar. Sie hat keine Rüstung. Aber man hat ja Reach. Wow. Lila, du hast die gleiche Reach. Du hattest gar keine Waffe. Ich habe so mit. Doch, ich habe eine Waffe. Aber du hast keine Waffe in der Hand bei mir. Ach, man sieht das nicht. Die zieht sie ja auch nicht. Man muss nicht zugauen. Wir haben Reach. Ja, ich hatte mit einem Schild rumgespielt. Ach so, den Schild habe ich gar nicht gesehen. Alter, das ist ja übelste Eck. Alter, ich bin so richtiges Kamel. Du bist voll der Zug. Ich bin Kamel, Alter. Der Zug, der Zug hat keine Bremse. Wie sieht meine Hand aus? Will ich gerne mal sehen? Boah, ich sehe gar kein Ende mehr. Junge, wie sieht das aus, wenn ich laufe? Ich bin Kamel, Benson. Du bist Transformer. Ohne Witz. So sieht das aber auch übel aus. Okay, kommen wir zur letzten entscheidenden Runde. Wir drehen das Glücksrad und es kommt als Ergebnis. Leute, eine Glocke. Du hast einen Stirnacken, Elina. Du hast gar nichts, Alter. Guck mich immer an. Okay, wir müssen halt ein Dorf finden. Wer als erstes ein Dorf findet, der hat die Baba Butzen gewonnen. Ja, Wotzki. Ja, ich versuche, das Dorf zu finden, wo wir herkommen. Das war doch hier, oder? Boah. Ben, willst du wirklich gegen den Navigation Master 3000? Ja. Willst du das triangulieren? Hol den Wind, Elina. Hab das trianguliert mathematisch. Ich könnte, aber ich suche ein neues, glaube ich. Nö, denn doch das. Ich sage, du kannst das nicht. Okay, jetzt hast du was in dir geweckt. So, pass auf. Ich finde das sogar mit Umweg. So, zack. Zuerst bauen wir uns hier das hier. Das ist aber ein Sumpf, Alter. Das bringt mir nichts. Ich brauche ein Planesby um. Ist in einem Sumpfdorf auch eine Glocke? Weiß ich nicht. Naja, auch nicht. Glaub nicht. Oh, das sieht doch irgendwie aus von da, wo wir gekommen sind, oder? Aber es könnte doch ein beliebiger anderer. Warte mal, das ist die Höhle, oder? Leute, ich habe ein Smaragd gefunden, Ren. Der Smaragd bringt ja was auf der Spur. Smaragd bringt ja nichts, Delina. Das war doch am Wasser, ne? War das direkt am Wasser? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich denke schon. Delina schwitzt. Der hat ja den Ruf zu verlieren. Ich bin zu fett fürs Brot. Aber ich dachte, Junge, wie sieht das denn aus? Delina, du Sack, Alter. Du bist hinter mir. Ja, ich wollte eigentlich an dir vorbeischauen. Ne, ein Boot ist schon schneller. Das war irgendwo, das war hier. Die ist da, oh, die geht da links. Aber ich weiß nicht, ist das richtig, Leute? Wenn wir jetzt hinterher rennen, können wir ja nicht gewinnen. Das macht ja keinen Sinn. Also fahren wir hier weiter. Also müssen wir jetzt aufkrampfen, eine andere Richtung nehmen, die sich da hinführt. Boah, ich kann fast nicht mehr entgehen, Alter. Delina weiß das schon. Die ist da sehr confident hingelaufen. Das muss hier sein. Da ist sie. Aber wir sind im falschen Biom hier, Delina. Nein, sind wir nicht. Hey, klar. Das war ein Plainsdorf und wir sind nicht im Plains. Ja, ja. Ich glaube, die hat keine Ahnung, wo wir sind. Doch, doch. Ich habe eine komplette Ahnung, wo wir sind. Komplett? Ja, eine komplette Ahnung. Komplette Roni. Dann laufen wir da mal hinterher. Aber das Biom stimmt hier weit und breit nicht. Und das sieht auch am Horizont nicht. Aber ich habe da was. Da was entdeckt. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Was bringt es jetzt, hinterher zu laufen? Mach diesen Move hier. Hier da. Das sind die Wölfe, die ich gesehen habe. Das sind Safety. Dorfbewohner. Ich habe einen Dorfbewohner. Oh, oh, oh. Ja, sowas gewinnt mal gegen Delina nicht. Da kannst du vergessen. Und ich habe die Bimmel gefunden. Ich habe keine Ahnung. Bing, bong. Und es ist das Dorf. Bing, bong. Ich habe auch ein Dorf jetzt. Ein anderes. Bin anders gebrochen, Delina. Oder ist das unser Dorf? Delina, das sieht nicht mehr gesund aus, Alter. Du, du. Ja, das sieht ganz und gar nicht mehr gesund aus. Was ist das denn? Okay, Delina. Man hätte vielleicht vorher sich Rüstung machen sollen für den Fight, wenn ich so überlege. Hab ein Schild. Darf man noch das verkraften, was man hat? Ohne jetzt Ofen und so? Okay. Dann nehme ich noch Schuhe. Ich kann mir eine Schaufel machen. Ich kann mir Schuhe machen. Das war's. Na, verdammt. Hätte man vielleicht noch unterwegs mal ein bisschen machen sollen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Okay, aber mit Reach ist eh krass. Jeder hat drei Leben. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Oh, die ist ja richtig weit. Die war ja richtig weit. Hui, Hui. Du Sau mit deinem scheiß Schild. Nein. Ach, kacke, ey. Sieht so barriere aus, wenn ich sie nicht sieht, dass du eine Waffe in der Hand hast. Nein. Oh, mein Schild. Du hast dich mit dem Schild, glaube ich, angestellt. Edina, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Warte, es ist schon vorbei. Ich habe ja schon verloren. Guck dir mal deine Schuhe an, Alter. Deine Eiserste. Alter. Was ist das denn? Hab ich gar nicht gesehen. Glaubst Schuhe, Alter. Oh, Mann. Klarer Sieg für mich, Leute. Edina, kam die irgendwie mit der Reichweite? Da kam die nicht drauf, klar? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine positive Bewertung an. Und ein Abo. Würde ich mich sehr, sehr frohen. Habt ihr erledigt? Cool. Klickt jetzt auf das Video, dann kommt ihr direkt zum nächsten Video. Und dann sehen wir uns gleich dort. Euer Benson. Ciao. Ciao.